Fremdarbeiter, Gastarbeiter, Mitarbeiter Es war vor allem die christliche Arbeiterjugend CAJ, die ab 1960 die sogenannten Gastarbeiter im Blick hatte. Die mehrheitlich aus Italien, Spanien, Portugal und Griechenland stammenden Arbeitsmigrantinnen wollte die katholische Jugend nicht nur sichtbar machen, sondern setzte sich auch für deren Belange ein und forderte beispielsweise 1962 spanischsprachige Nachrichten im deutschen Radio. Und manche Zeilen von damals sind so aktuell wie eh und je. So schrieb die CAJ-Nationalsekretärin Ellie Klinkenberg 1965 Es ist nicht wahr, dass sie unsere Konkurrenten sind, dass sie häufiger krank sind und mehr Unfälle verursachen, dass sie krimineller sind und fauler als wir, Dass sie anders sind, bezweifelt niemand. Aber wie mag ihnen wohl unser deutsches Anderssein auf die Nerven gehen? Und doch versuchen sie, zurechtzukommen und nehmen all die unzähligen Unannehmlichkeiten auf sich, die die Umstellung auf all das Ungewohnte bei uns mit sich bringt.